Ich habe einen Schuss! Einfach ne, du hast total unrecht, egal was du sagst. Die sollen denken, ich bin ein Noob, bis die erste Nate kommt. Ich dachte mir, ich ping dir mal. Komm oben. Balser. Oben. Scheiß Lied. Fuck it. Ja, cool, dass wir keinen Blackout hatten, wa? Also, die hocken alle noch nicht mal auf C drauf. Ich hätte besser kommen müssen, oder ich hätte schneller hinlaufen müssen, ey. Die erste Nate hätte besser kommen müssen, oder ich hätte schneller hinlaufen müssen, ey. Ich würde mich gar nicht mehr auf den Punkt ziehen. Links. Was sind die auf den Punkt? Links, einer. Ich bin eben schon drauf. Ich bin doch schon auf dem Punkt. Scheiße. Wo? Äh, der ist tot. Guck da einfach rechts oben in der Anzeige. Tschuldigung. Den hab ich doch schiefen. Hm. Naaah, scheiße. Blitz ey. Einer Razor Box. Ja, das wusste ich nicht. Das hätte ich früher sagen müssen. Ja. Hab ich erst durchs... Ich hab den Todescam gesehen, sorry. Ich hab halt erst vor mir den Blitz und den Heat gesehen. Tut mir leid. Ja, denn das wollte ich wegholen. Wir halt auch auf. Nein, da ist scheiße. Doch, bei uns hinter dem... Links vorne. Ach so, rechts vorne meinst du? Rechts vorne und links vorne jeweils einer. Der andere ist tot. Schuss. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Schuss. 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 Wieso legst du dich nicht hin, du kleine Schlampe? Das läuft jetzt gerade richtig scheiße. Vielleicht sind die Gegner besser. Ach, die sind heim. Und mir lag das gerade einfach ununterbrochen so ein bisschen. Also ruckelt es, nicht lag das. Ja, ja. Jetzt hat es da. Aufgepasst, da kommt noch einer. Vom Cloaker. War einmal. Oben drin, da kommt noch einer. Fuck it! Wieso springt der? Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Links, rechts, vorne, hinten, oben, unten, überall ey! Oh man! Oh man! Ohhh! Huh. Oh man! Ugh... camerasasANA. Die Teams sind extrem ausreichend, oder? Eigentlich nicht. Wir sind eigentlich im Vorteil. Aber, ja, ich komme zum Beispiel mit gar nicht richtig rein. Bei denen im Sniperraum, alter. Wir haben halt ein, zwei, die es reißen, sonst vielleicht drei. Und wir haben halt auch ein paar, drei, vier, die es reißen. Wenn ich richtig reinkommen würde, würde ich locker unterm Bender stehen. Wow. Das ist kurz. Sogar vielleicht über Bender. Das ist mein erstes Spiel für heute, Leute. Alter. Und ich habe Schlafmangel, Kopfschmerzen und, äh, ja. Ich war, und... Und da auf den Nebenhöhlen sind zu. Also, äh... Ich war nicht 23 Uhr ab, weil ich mit 24 Uhr echt wieder daheim mache. Läuft bei dir. Ja, ich habe die gescannt. Und rechts oben so ein Sniper bei denen oben im Fenster. Ja, der kann nix. Ja, gut, dass er mich jedes Mal wieder angefragt hat. Sniper ist tot. Nice. Links zwei. Ja, tausender Feuerrate, genau. A2 mit kurzen Lauf. Habt ihr den bei uns hinter den Pipes? Punkt ist clear. Stimmt. Razorbox, Razorbox. Nee, Razorbox, keiner. Offensichtlich, oder? Schill. Immer einen auf der linken Seite. Komm, krieg den Punkt, ich bin jetzt zehn Kilometer da. Alter. Alter. Ich ziehe es alle auf alle gleichzeitig. Hammerhart. Eine nach dem anderen erledigen wird, alle auf einmal. Ach, bei mir läuft es gerade nicht anders. Ich halte einfach nur drauf. Ist der in der Luft Ecke? Nein, keine Ahnung. Ich fragte gerade echt den Falschen. Die Falschen. Ich glaube, der ist hinten rechts. Kommt ein Gerät. Ja, geht rechts. Ah, ich hasse jetzt gerade meine Nails. Meine Fresse, er knallt den doch einfach ab. Weißt du, wie viel ich denn angehittet habe? Oh, da kommt einer. Ja, geht rechts. Wieso bin ich denn nicht in der Däckung gegangen? Wieso bin ich denn hier? Aufgepasst, ich bin links im Moment. Naja, scheiße. Die Nate kommt nicht. Ich krieg den nicht. Ey, was ist denn jetzt gerade los? Two on the left side. Ah, PTT-Moder. Alter, ich war eine halbe Minute gefühlt hinter der Wand. Danke. Oh, von wo? Razorbox, einer. Ja, der ist links runterbeschraubt. Fünf Leute auf 10, ich weiß. Alter. Sechs Leute auf 10. Techno, Mann, das war purer selbstmacht. Normalerweise klappt das, aber die standen da zu dritt und das verteilt. Benut, sprich mal einfach um der Lade. Geht doch. Oben behind, oben behind. Ab behind. Oh, Mann, das Team ist so scheiße. Natürlich. Vor uns rum ist keiner mehr. Äh, Ben, da, direkt da, wo ich gestorben bin, einer. Ich hab doch da gerade gescannt, Mann. Alter, das ist noch Runde 1. Willst du mich verarschen? Alter. 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 Alter, Leute, ihr müsst auch links gehen. War ich doch, aber da bin ich gestorben. Dann zerbahnt mich vor. Das ist schon was länger her gewesen. Ja, guck, das ist es nun. Ja, guck, da ist ein Mann von links zu rechts. Und, äh, behind. Wenn da ist ein Stoßdruck. Ich weiß es. Entschuldigung. Das ist ein Stoßdruck. Das geht links Links Mitte Ich habe auf alle gleichzeitig geschossen Auf die drei, die standen alle ineinander Die beiden habe ich auf 20 HP runter geschossen Die anderen beiden Einen habe ich davon gekillt Sag doch Bescheid, wenn der bei uns von behind kommt Ja, wie, wo, was behind? Ja, der stoßt zu Pram von behind Hm Bitte, bitte, bitte Nein, ich muss alles nachladen Fuck Nein Scheiße Das gibt es nicht Ich muss wirklich alles nachladen Keine Nate Keine Der SMG Keine Der Judge Keine Hiten mehr, Alter Was ist das? Ich bin komplett leer gefallert Das ist ihm geht nicht mehr Was ist das Oh 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 Okay. Boah, echt. Wie lange kämpft er denn da? Noch einer nach rechts von dir. Ach, als Netzer, in dieser kleinen Box. Hä, wieso hatte ich jetzt die Pistel ausgewählt? Ja, aber ich wusste nicht, dass ich die Pistel habe, deswegen habe ich einfach durchgedrückt und dann... Jetzt kommt nur ein Einzelschuss und dann war es zu spät, weil ich schon tot war. Weißt du, so ein Oh mein Gott Moment hilft nicht wirklich. Genau, Modder. Der hat an. Der hat eine schlechte AKD wie ich. Der hat aber eine hohe Präzision mit seiner Waffe. Wird die Instan umknallt dich ab und fühle dich wieder an. Oh mein Gott, ohne mich. Lass den Scheiß. Ach, es sind wir als 50%? Ja, guck mal, das geht jetzt auch schnell bei 5 Personen bis ich da bin. Ich bin jetzt erst am Tunnel. Ah, du Razorbox. Hab ich. Okay. Endlich. Wir haben wir noch. Bender, da steht einer. Guys, we gotta hold the rest of us. Hast auch noch Eroberungen bekommen, Bender. Ja, ja. Alter, ich hab schon 3 Eroberungen. Ja, ich auch. 28 zu 24, meine KD ist so scheiße. 31 zu 19. Ja, genau. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Kann denn niemand mehr auf diese Fuck Razorbox aufpassen? Razorbox, 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 Razorbox. Auf der Razorbox? Ja. Auf der Razorbox selber ist niemand. Ich hab's schon auf C. Äh, bist du sicher? Razorbox und nicht Sniperraum? Ja, weil die sind immer im Sniperraum und holen den von dort. Nice. Zechne mal einen. Ren doch mit. Ja, ich war noch nicht so gut. Ja. Ich hab's grad. Mein Spiel liegen grad. Wie schon gesagt, ich hab' nen Schrock-PC. Link und Charlie. Sicherlich, Charlie. Aufgepasst, der geht dann um die Ecke. Und einer ist oben drunter. Also. Boah, klaut mich dann immer meine Clips. Nein, fuck. Ja, links. Kommt jetzt hoch. Kommt hoch. Ja. Boah, das war inkompetent. Ja. Ich habe keinen einzigen Schuss getroffen. Ach du Scheiße. Das ist schlecht. Nein. Boah. Weißt du, was bin ich immer am Nachladen? Alter. Wir drei sind einfach alle über 9000 Punkten. Komm, jetzt auf Bravo, damit wir noch ein bisschen mehr erobern können. Ja, ich bin tot. Ja, komm. Nee, nee. Kannst knicken. Kriegen wir nicht mehr. Kriegen wir nicht mehr. Schade. Schade. Das wäre irgendwie lustig gewesen, wenn wir noch alle über 10.000 gekommen wären. Find ich zumindest. Mir fehlt nur noch 35.000. Äh, 35 Punkte. Hm, 35, ey. 55. Ach, nein, doch, nein, ja doch. Scheiße, stimmt. Ja. Äh, falsche Richtung, falsche Richtung gerechnet. Wie einem das passieren kann, ist mir auch ein Rätsel. Äh, ich bin müde. Ich bin tot. Doch. Lol. Ich denke, ich saß einfach. Ich weiß. Razerbox diesmal aber wirklich. Ich bin ein Rätsel. Ich bin ein Rätsel. Ja, Modder, du beißt es auch wieder instant. Guckt mich schon an, schmeiß noch mal kurz bevor er mich erschießt den Scan raus. Genau. Losing Delta. Auch 19 HP hatte der noch. I have one on the container. Links ist glaube ich frei, die Toilette meine ich. Nein, hinten dran sitzt da einer. Schade. Ich habe mich jetzt auf dein Wort vertraut. Ja, im Pink war ja davor nichts drin. Blitz ging umsetz. Blitz. Nicht mehr. No, ja. Die anderen beiden sind so schnell durchgegangen, weil ich mit drauf geschossen habe. Dann bedanke ich mich mal. Aber ich habe dir heute auch schon einige Kill Assists gegeben, also. Ja, genau. Boah, kommen die zu Schritt? Alter, was mache ich du da? Ich habe ihn einfach nicht getroffen. Und der hat eigentlich den besten Rechner von uns. Der hat nur eine schwule Internetleitung. Obwohl er auch eine 16.000 hat, so wie ich. Wer? Ne, warte mal, was macht das für eine Leitung? Du, Alex, was macht das für eine Leitung? Ich weiß nicht wohl, Heinz Leitung. One right side, we're coming. Two. Oh, fuck. Ja genau. Mit vollem HP. Okay, er blitzt mich um keine drei Schuss. Nein, nur noch zwei. Ey, was gibt der Mordor für ein Damage? Die Waffe ist halt nice, ne? Ja genau. Go in the Container. Ey, dieser scheiß Mordor, Alter, ich fick den seine... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich... Mordor, ich hab dich wegge... Mordor, Alter. Oh, dog. Behind you. Lass mir versuchen, über C links zu beheim zu kommen. Weil die sind links, glaub ich, ziemlich stark. Mach das mal. Mach das mal. Ich pass auf den... Nein, eigentlich. Pack Nate. Von wo? Das war meine, die ist falsch geflogen. Holt ihr den mal. Die sind wohl hängen gewesen. Ich bin hier nicht egal. Ja genau. Ich schwöre es dir, ich hole gleich meine Sniper raus. Ich habe langsam keinen Bock mehr. Hier. Aber jetzt kommt einer. Junge, nicht einfach Stuhl draufbrennen. Ich dachte, er geht nur weg. Hat man doch gesehen, dass er das nicht tut. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Nein, nein, ich wollte durch die Lücke, ich wollte durch die Lücke bauen. Oh. 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 Tschüss. Ja genau. Da ist ihm überreicht. Du bist echt. Ja genau. Da ist ihm überreicht. Ich hab ihn überreicht. Du bist echt. Ach Mist. Jetzt kriegen die noch Verlängerung. Loil. Wir müssen das jetzt holen. Wir müssen uns behalten. Ja mei ich doch. Was? Komm mit links. Boah ne bitte nicht verlieren. Geh drauf Junge. Techno mann. Geh drauf auf den Scheißpunkt. Ich bin auf den Punkt gefroren. Entschuldigung sah von hinten nicht so aus. Rechts. Nice. Rechts Mitte noch. Okay ist groß. Was denkst du denn grad den Punkt mit der Sniper gecleared hat? Du. Im Endeffekt. Rechts. Einer. Rechts. Zwei. Links. Einer. Links. Zwei. Geiles Match. Muss ich sagen. Ich würd. Wüsste jetzt echt gern welche Level die anderen haben. Ich würd. Bettingfasse. Ich bin... Alter guckt euch mal das Gegnerteam an. Warte. Wird das verloren wär's peinlich geworden. Es geht. Ein Fünfer, ein Vierer, ein Zweier. Okay doch. Ja ich bin ja nur ein Dreier weil... Ich musste halt Mittag lieben weil ich zur Arbeit musste. Da war ich von vier auf drei abgeschrieben. Bei einem Match wo ich gewonnen hatte. Umso... Ja das ist B. Umso peinlicher wär's ne. Joa läuft.